Hallo und herzlichst Willkommen zu einem neuen kleinen Ankündigungsvideo. Ja, Ankündigungsvideos sind bei mir sehr oft zur Zeit. Ja, ich kann meinen PC aufnehmen, ein tolles Magix-Programm und habe mir überlegt, ja, ich mache mal wieder ein Tutorial über, wie man ein Intro jetzt gescheit erstellt, etc. Hier ist zum Beispiel jetzt das von Live4Live, also von meinem Zweitkanal. Ähm, ich kann auf die Kamera, so, so, sehen wir mal kurz, das sieht so ungefähr so aus, da bla bla, und da möchte ich euch auch zeigen, wie man jetzt sowas animiert, etc., weil ich habe es schon mal gemacht, aber ich glaube, das war noch nicht so gut erklärt und haben sich auch ein paar Sachen geändert, etc. Und, ja, auf Anfragen waren es natürlich auch, ich hoffe, ihr checkt's, nämlich, und, ja, Ankündigung, als wäre jetzt bald. Welche hochladen höchstwahrscheinlich. Ja, wir stoppen hier. Ähm, und, Moment, wo wird es da jetzt hin? Ja, und, das war's auch, glaube ich, ähm, jetzt ist gerade noch das Video am Montag hochgeladen, ähm, ja, Servus, macht's gut, und, ciao.